Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn die Studios dir gefallen würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Wir sind auch gerade auf dem Weg zu den 200 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir das zeitnah mal schaffen. Und bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den Item Shop von heute an. Wir haben heute einen neuen Skin und einen Skin, der schon etwas länger nicht mehr drin war und zwei Viehdieben. Dazu dann die Spurenbeil Spitzhacke. Ich glaube das war sogar ein Voting Skin. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir hier die männliche Version, die neu ist. Und zwar den Cowboy Skin mit der Satteltasche als Backpack und dann der Allzweck Axt. Die Axt sieht relativ ähnlich aus wie die andere, aber da kann man sich dann auch entscheiden, welche man nimmt. Ich glaube beide braucht man eher nicht. Dann haben wir den Farbenbaum mal wieder zurück. War schon lange nicht in meinem Shop drin. Ebenfalls sehen wir Farben Kanonier. Dann die Regenbogenwucht Spitzhacke. Die ist auch reaktiv. Ich weiß aber nicht ganz genau, was daran reaktiv ist. Dann haben wir noch den Farbenballon. Als nächstes haben wir dann den Rennfieber Skin. Einmal mit Kopfbedeckung und dann einmal ohne Helm. Und als nächstes haben wir den Sonnenvogel Skin. War auch schon etwas längere Zeit nicht mehr im Shop. Hier auch einmal mit Maske und einmal ohne Maske. Dazu natürlich dann noch die Sonne schwingen als Backpack. Dann haben wir heute neu, rustikales Karo. So ein klassischer Western-Rosen-Style im Prinzip. Nicht animiert, aber sieht trotzdem ganz in Ordnung aus. Dann haben wir Extraterrestriale. Als nächstes haben wir dann den Hüftschäfer. Das ist ein Fortwürbewegungs-Mode. Dann haben wir noch als letztes den Einklang-Mode. Das war es dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.